Hallo, Bonjour, Salvete, Buenos Dias, Ciao, Ahoi, Willkommen im Hagenburg! Das im September 2002 gegründete Borg für Kommunikation im Softwarepark Hagenberg spricht junge Menschen an, die Freude am Sprechen und an Sprachen, bzw. Interesse an Medien und ihrem Einfluss auf unser tägliches Leben haben. In den Schwerpunktfächern werden Soft Skills wie Teamfähigkeit, Redegewandtheit, Präsentationstechniken, eine weitere Fremdsprache sowie Informations- und Kommunikationstechnologie gelehrt. Und wenn man sich durch all die Jahre an böse Erinnerungen quält, und wenn man zwischen all dem Schlechten nichts Gutes mal entdeckt, dann will ich Hilfe rufen. Wo habt ihr das Glück versteckt? Ja, recht hast, wenn du dich von morgen fürchtest. An deiner Stelle würde ich erst gar nicht hingehen. Und alles, was du heute noch lernst, bringt dir ja sowieso nichts mehr. Ich halte heute meine Rede zum Thema Umweltschutz ist grenzenlos. Es kommt nicht darauf an, wie lang es war, sondern wie bunt und hell. Bunt war dein Leben auf jeden Fall und hell sowieso. Bunt war dein Leben auf jeden Fall. 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 Herzlich Willkommen im diesjährigen Naturrabatt. Ja, das Projekt für Kommunikation hat mich begleitet und hat Spuren in meinem Leben hinterlassen. Nicht nur in meinen beruflichen, sondern vor allem auch in meinen privaten, in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation.